Schlachterfisch Ich angle gerade mal Das haben wir uns noch nie gemacht Oh und ein Trot Was ein geiler Name Ich habe in dem Spiel glaube ich noch nie gekocht Ja da braucht man immer so Arsch viel Zeug für Ich koche immer nur Fleisch Immer nur Schweinebaden Fischpüree Was Fischpüree Klingt nicht geil Ich kenne das gar nicht so viel hier auszusaugen Ach ja Ich kenne das hier Schuss So da war der 100.000 Punkte brauche ich 73.000 Dööö Dööö Oh yeah Dööö Dööö Ob das guter Gämmts die Werbe Nööö Glaub nicht Wo ein Teaser Ich glaube ich wüsste Naja Ich schreibe mich da mal weg Ip Boah Ich muss mal YouTube hier Döööö 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 Noch mehr Fische Und noch mehr Fische Ach ich hab das Ding hier übersehen Ja, das ist ein komischer Stein hier. Klasse das Portal. Das war aber ein fetter weißer Weil drüber. Wie geht der bei diesem Leuchtturm? Wir haben das Portal an der perfekten Stelle geöffnet. Jetzt können wir mit der Arbeit beginnen. Jetzt können wir herunterwollen. Ich glaube, ich muss mal lang gehen. Erodig. Erodig. Oder wie, oder was? Ja, na sie. Ja, gut. Oh toll, ich angel einen gebrauchten Köder. Yeah. Ich muss den Fall einer reinbringen. Nee, danke. Ich gebe es frischen auf. Ist nichts für mich. Ja, gleich. Majesty? Hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Oh, man lässt es hier nicht. Gegenstand nicht bereit. Ich weiß, Gegenstand nicht. Auf dem Boden, da muss er eine anzeigen. Ihr habt meinen Stein gut an Goffs ver... Aber es ist die, die Verdämpfnisse in den Luft gespricht, des Wassers und des Arschstums. Genau, genau. Hä? Hauptsache, das riecht alles nach Arsch. Ja, hey, siehst du diese kurzen Arschstumse? Weil wir nicht gewusst, dass das Arschstumse sind. Ja, sie dampfen die aus dem Hintergrund. Ja, siehst du auch so. Lecker. Was ist denn hier? Schade, ich sehe die, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ne, glaube nicht. Ach ja, aber die sind jetzt schon weg, ne? Ja, ich weiß doch leider nicht mehr, wie die aussah. Das ist schon ein paar Tage her. Wie so, ähm... Dampf und Eharsch. Ja. Richtig heiße Ärsche. Die Vergeltung muss rasch... Kommt zu mir, wenn ich rufe. Meine Macht wird euch beschützen. Diese Steine gehören jetzt an Goffs. Ah, Hilfe! Oh, Achtung, Achtung, wir noch im Weg. Oh, er entwirkelt mich. Kommt hier her, ich werde euch beschützen. Er ist besitzt. Bäh! Oh, so ein Mist für mich. Ah, so! so es gibt es weiter die aus dieser rosenpflanze die sind im rosengarten von schnäbäckchen ok mit der dornen und stinken halten was ist grün, weißt du was? das ist bewiesen ja die kleinen bis 4 schon voll dahin schön den schwer von hinten rein leben ablutschen leben ablutschen, ich könnte auch mal wieder wen aussaugen phase 4 die schlimmste aller phasen schon wie? wenn du nicht trinkst als vampir dann ändern sich die phasen wenn du bist von 1 bis 4 phase 1 ist quasi ganz normal da passiert überhaupt nichts und dann umso höher die phase wird umso weniger lebensregeneration haste ich hab jetzt 75% weniger also mein leben regeneriert sich kaum noch aber ich kann mich, dadurch dass ich mich heilen kann, pfff, scheißegal ja dann ja das stimmt vor allem sieht man so am coolsten aus, wenn man dann voll abgefuckt aussieht wenn ihr in meiner nähe seid, kann euch wohl in der rechten des geistes beschützen was ist hier los? ich bin ganz nett ich bin ganz nett ich bin ganz nett ich bin ganz nett der reich wird einen zauber der im rot er ist besiegt wo ist mein helm? richtig glück gehabt, vorhin den helm hab ich in biebesgut gefunden das lag einfach so rum und auf einmal ist da ein fetter blauer helm drin der tausendmal besser war als mein eigener richtig geil und das ist sogar schwere Rüstung die Kapuze geil richtig polis so sind wir ganz drüben nochmal in den netzen die hören sich an wie die hunde von male of honor alter stimmt das gebell im hintergrund im ersten level immer ja ach das waren Zeiten ich bin der Panzerknacker so ein fieses level ey aber geil aber da gab es doch noch was anderes außer Panzerknacker die Zombies ne? waren Zombies? irgendwas gab es noch? ich glaube jetzt haben die Hunde aber die Hunde? ah stimmt die Hunde auf zwei Beinen mit Maschinengewehren ja und dann die Panzerknacker so eine schöne Luft wie die Hunde sterben aber meiner Luft umfügt wir das ist vor mir hier das ist vor mir hier er ist besiegt er ist besiegt er ist besiegt schön wie er nicht so als wäre das hier ein kleines Gebiet ist mhm 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 ich dachte da steht eine Elefantenbarriere so eine schöne kleine Zwischenanlage ach ja das macht sich offen zu gut ja voll durch Wirkbau mich mal so anecken er hat jetzt gerade richtig die Imperator und der Typ die ganze Zeit Lichtblitze aus den Händen schießt da sieht der Imperator aus dem Glück greift wieder an ja von Star Wars ach deiner jetzt ne so ein Typ hier gerade hat er Pizze geschossen Alter nicht verschwindet dauernd die Monster was soll das schon wieder ich steh vor den, plöpfen sie weg auch nicht verstehe ich na ihr habt vielleicht einen meiner Skalappen vernichtet aber ich habe noch viele mehr sehr gut angewürft Pizze so neun auch schon fertig huuuu benutzer war mittlerweile nur noch einen satz hallo alter und das wäre abgeschlossen wir werden die fast einen drittel der karte fertig sehr schön abgeschlossenen bildbau ein fertigkeitspunkt ja was wollte ich dann nehmen was das finanzielle ich habe schon wieder vergessen ich habe noch vier punkte was gar nicht wo ich rein investieren soll so sehr schön das geht freund im im müssen die die das ist wie ihr karl Kessel. Oh, hier kommt die Kamele. Die Kamele sind so hässlich. Ich will Esel. Nee. Muss ich aufpassen, dass du so rum und rum in den Popo würgelt. Kann passieren. Mit der Ziege musst du auch aufpassen. Die wird schon als heiratfähiges... Mein Name ist Zicklein. Vorsicht, mein Charakter ist auch rot, war du, ne? Finger weg, nur ein Stück. Ach ne, ich bin ja kein Musel. Außerdem sehe ich ja nicht mal so aus wie bei einer Hautfarbe. Sieht ja aus wie eine gekalkte Wand oder so. Ihr da! Ihr könnt mich sehen? Wer ich bin? Nun, ich bin Richard Dusand. Berühmter Abenteurer und Schatzjäger. Zumindest war ich das anst. Bevor die Kultisten in Burg Dresden... Ja, erzähl du! Ja, diese Bastarde! Ja, ja, Bastarde! Hier, die Leiche rums, rums. Ab geht's! Ey, hör auf, Penner! Ja, das ist ein Drecksviech! So, was haben wir denn hier? Ja, das ist ein Drecksviech! So, was haben wir denn hier? Nein! Hey, holt's du, du das! Ich auch du, du, du. Tot. Blanch her! Do it Ach das ist das, wo du Fragen beantworten musst, ne? Ne, wo ich das richtig ablegen muss. Ach so, genau. Richtig ruhig. Ey, du, Penis-Gesicht. Was, Wolf? Wo? Was ist denn mit meinem Ding nicht? Das weiß ich auch nicht. Ne, so sieht das doch nicht. Was machst du jetzt so? Boah. So wein ich das doch nicht. Oh Mann. Hahaha. Das geht echt gut auf der Bank. Ey, mächtig, Digga. Schlimme Sache. So, was passieren wir denn hier mal? Oh, das war schon mal. Oh, das war schon mal. Und das war falsch. So, das sind nur 50-50 Chances. Und das geht auch mal auf bei der Haube. Oh nein. Das war falsch. Und das war falsch. So, das sind nur 50-50 Chances. Alter. Ja. Die, 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 die... Das habe ich mir gerade geschrieben. Oh, ich will hier in so einen Rund reingegangen. Scheiße. Guck da auch rein. Nö, geh nie mehr. Teenager 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 ein 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 das ein 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 Oh, ich fahre! Oh, ich fahre, ich fahre.